so hallo und willkommen zu der füge minecraft advent hier auf meinem kanal und findet ihr sich auch schön hier einfach vor einem kaputten fenster bei einem bei euren ferienhause stehen und hier einfach der schnee fliegt einfach fast runter und ja keine ahnung hier ist alles komisch in dem projekt und warte mal kann ich hier rauf gehen doch ich kann sogar auf den dings rauf gehen oder okay aber aufs dach kann ich nicht direkt rauf gehen das zähle bis hier weil alles ist hier einfach verschneit und ja wie gesagt willkommen zu der füge minecraft advent hier genau weshalb ich weiß die erste 30 punkt shop für saftigen franzl merch und ich habe letztens noch gesehen wie auch gesagt in folge folge dass einer hier den rucksack hat dings gekauft hat hier und schon ausgepackt richtig cool und er hat geschrieben dass er den wirklich auch zur schule trägt hier den rucksack richtig cool und ich habe schon ein foto gesehen er hat auf einem discord hier geschrieben also beziehungsweise ein foto geschickt von seinen handy wie er einfach seine handyhöhle also die neue franzl handyhöhle hat richtig cool wie gesagt die erste 30 punkt shop für saftige ähm für saftige märchen jomei so ähm genau äh ich weiß ich folge folge haben wir nämlich die sind so eine art engel oben hier irgendwo oben war das war so eine höhle und äh da haben wir es von von so einen typen hier drüben der in dem haus genau hier drüben wohnt und äh was ist das warte mal ist das jetzt ist das jetzt wirklich nee oder hat jetzt wirklich hier gelben schnee gemacht der kleine was ich hinterfrags einfach nicht genau was ich sagen wollte ich genau hier vorne wohnt nämlich in so ein typ hier ähm da habe ich irgendwie ist ein millionär oder sowas keine ahnung und da habe ich nämlich die geschenke gestohlen kann was den geschenken drinnen ist und äh ja ich will noch bücher kann was die bücher sind und eine kultur kommt da ja ganz wichtig wieder rüber er hat mich so nett sind jacken werfen sofort er hat er kommt schon auch okay büse 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 okay er plant wie vom b was man bei au nein steht da okay tschüss tschüss leute dann verstecke ich war das normal ich glaube die kann man nicht zerstören oder kann man nicht schlippen stören die schenke ich mach gleich die tür auf verstecken die atomschlag an 1 für nämlich nie leben 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 für mich dieser er geht hoch ich kann nicht in kentbox Warum war das so? Kann ich weiter rein? Weißt du, wenn du mir was wegnimmst, dann nehm ich dir auch was weg. Oh nein, was nehmt ihr weg? Nehmt mir meine Schlüssel? Ich nehm dein Klo weg. Mein Klo? Nein, nicht mein Klo. Und meine Badewanne. Und meine Badewanne? Jetzt hast du nichts mehr, wo du reinpinkeln kannst. Oh nein. Dann muss ich glaube ich Geld im Schnee machen. Wo ist er? Wo ist er? Hast du mich gesehen? Oh nein. Oh oh. Ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da. Oh oh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Wir können das regeln, okay? Ähm. Warte mal. Party! Party, ja. Party. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Party! Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hunger! Wir nicht, ey Vater. Nein! Beiß! Beiß! Oh. Sind sie hin? Äh. Ich glaube sie ist... Die haben sich aufgegessen oder so. Aber jetzt haben wir wenigstens ein Versteck hier. Das heißt ich kann hier zubauen. Und jetzt haben wir wenigstens so eine Art Versteck hier. Ähm. Genau. Heute wollte ich nämlich hier... Äh. Hallo? Draußen! Draußen? Äh. Wo bist du? Äh. Wann, Schneemann? Nee. Wo bist du denn? Wann mal. Bist du hier in der... Lawine fest? Wann mal. Bist du in der Lawine? Äh. Wo bist du denn? Wo bist du denn? In der Lawine? Äh. Gib mir ein Zeichen. Oh nein. Oh, hier bist du... Äh. Hi. Bist du in... Kalt. 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 Wann, bist du hier von der Lawine getroffen worden? Kalt. Äh. Warte mal, war der schon immer hier da? B-beliebt! Mit... Mit... Flüssigkeit! F-F-Flüssigkeit? Okay, komm, hier mal rein, hier ans Lagerfeuer. Ähm. Hier. Alles... Ja, okay. Ja, hi! Ähm. Okay, beachte ihn aber nicht. Äh, guten Tag. Grüß dich! Wann noch ein bisschen... Eier! Sprochen bei Eier! Eier. Oh, ne. Was ist das? Was ist das? Der ist ein Bauer vom Land, glaub ich. Komm her, ich packe ich einen bei mir. so 1 2 3 hopp und ok den kannst du nutzen um einen schönen kuchen zu machen einen schönen kuchen ja ok dein kuchen ja macht einen kuchen und bitte wärmen bevor du es machst weil sonst wieder relativ ohne gelber schnee was du das davor das linge ist ich habe jetzt keine toilette mehr und der aber man macht die gelber schnee bei der vorne eingefroren ok und eine klingel schon wieder ich gehe noch weiter ok was jetzt genau noch weit machen wollte es hier nämlich irgendwo hier ist hier nämlich so ein briefkasten ob ich schauen ob schon irgendwer hier geschrieben hat genau hier und das sache es hat mir wirklich was geschrieben was ist das ja hallo ha ja ha mir geht es gut hast du etwas gehört von dem bauer hier weil der hat gerade irgend so ein typ mir der eingerammer ich weiß auch nicht okay ich brauche deine hilfe warte mal was genau hey julian ich bin der weihnachtsmann warte mal kurz ich bin der weihnachtsmann und bräuchte dringend eine hilfe wenn weihnachts weihnachtsfabrik ist in gefahr was in weihnachtsmann ok warte mal das ist so rot geschrieben ich denke das ist wirklich der echte echt weihnachtsmann denke ich schon oder okay aber nur jetzt die frage wo ist die weihnachtsmann am berg oder was ist das ich kann nicht lesen ja warte mal hey warte mal das sind 20 seiten ok 1 2 3 4 5 6 7 auf der letzten steht was oder ok boom ok weißt du was weißt du was der kann aber nicht lesen und schreibt trotzdem irgendwie sachen warte mal ich muss den mal einlagern hier lassen und hier einmal wenn man die einen sachen wenn man schützt jetzt zum beispiel einlagern die abbaut ob das nachher ok ist job nice ok ich glaube ich platziere mal hier irgendwie aber ich nehme mal die chest hier mit und gebe dir nach oben manche oben eine art lager oder so wenn ich mache gibt das mal hier so hin dann gehe ich den brief mal rein und das war ein mit dem ich kann nicht lesen und ein totusche wer hallo nein es ist keine öffentliche tusche geh raus ich bin nackig und bist nicht nackig du bist ich muss duschen noch einmal duschen ich baue es jetzt ab hörst du ich baue es jetzt ab bis ostern wo musst du bis ostern duschen nein ich baue es jetzt ab schluss ich ganz weg nein geh auch weg was was ich muss duschen dann muss ich duschen hör auf geh doch einmal in schnee raus ich fühle mich gerade bedrängt ja ok jetzt jetzt nicht mehr duschen hier kannst du duschen das funktioniert wirklich hier kannst du duschen oh nein was hast du jetzt hier kannst du duschen schau ich nicht ich lass das was jetzt auch warum ist hier so nö ich kann nicht anschwimmen hier geht alles über okay hier abdrehen und ich kann es mir abdrehen hier raus auch und ein plan b leite das plan b kann ich ausmachen trinkt immer noch ich kann es nicht ausmachen aber jetzt ist es aus glaube ich oder oh nein wie 19 irgendwas hat er gesagt also eine überflutung und das geht zum glück nicht raus ok ok ich gehe raus kannst du in ruhe duschen ok was auch immer gerade passiert ist ok ich habe jetzt zwei dings teppiche gerade gekommen und hier ist immer noch voll ich muss unbedingt mal hier irgendwann dings schnee schaufeln ich weiß ich kann fragen ob du irgendwie ich muss ich weiß hatte ich gerade oder frosch direkt wo und da kann ich vielleicht den fragen als ich direkt irgendwie auch von sohn irgendwie ohne eines tropft hier von der sohn ein dings krieg so eine art und schaufeln schaufeln zwischen ein schaufler ich muss ja unbedingt schaut dass ich irgendwie das freischaufelt nämlich keine ahnung wo ich bezahle bezahlen muss ich bezahlen weil irgendwie kann irgendwann habe ich das gefühl dass hier eine fette lawine kommt und genau jetzt wollte ich mich schauen ob ich irgendwie hier reinkomme hier ist nicht so ein stacheldraht zauern ok ich sag mal lieber nichts hier ich brauche dann Hilfe ah hallo warte ich mach lieber nichts ich sag lieber lieber leise ja schau ist immer schwachst du da wo den pss pss leise 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 jetzt kommt er ist böse oh er kommt wo den reden reden wir mit dem reden wir mit dem aber im Kaspi, der Kaspi ist ein Kaspau Kaspi ist ein Kaspau? Oh nein Jo, Scheru, ich Kaspau, wie geht's dir? Guten Abend, mir geht's nicht gut Hörer, Jode, ich schwein mich Hast du ein Leben? Ok, ich bin dich da, ja? Ok Was willst du, Frau Schee? Ich Kaspau, wie geht's dir von hinten? Äh, ok Er hasst, ok Äh, ich denk nicht, dass er dich so gut mag, oder? Äh, ein netter Bruder Ein netter Bruder, ja genau Ähm Schau mal, kann ich hier irgendwo über den Schnee drüber, ist die Frage Wollen wir so? So, kann man hier irgendwo drüber? Kann man hier drüber? Oh, Tatsache, man kann hier drüber Was so? Und so? Und so, Mann, ich bin drinnen, Leute Arme ihn Hütte Angst, dass er, ok, dann der ganze Schalussin zu Wo ist er? Schau, dass mich nicht zieht Wenn dir alles zu war, da kann ich irgendwie einen Baum hoch Ich kann oben reinschauen Oh nein, wo ist er? Ähm Soll ich drunter fliegen? Was ist hier? Ja, was ist hier? Richtig viel Zettel Ok Oh nein, er legt nur das aufgemacht Ok, oben ist er nicht Ich glaube, er ist unten Oh! Er hat eine Kettensegel, was nicht gut ist Wo ist er? Ich weiß nicht, soll ich über den Vordereingang? Oh nein, irgendwas aufgemacht Ich geh mal rein Oh nein, er macht komische Garage Nicht geh mal unter mir irgendwo Schau mir mal an, was hat der hier denn alles? Ähm, Zettel Ich hab ganze Türen öffnen Hinz und Dings, ein Kalender Ich glaub, er schreibt relativ viel Ok, ähm Und wenn ich hier runtergehe Wo ist er? Hier ist er, ok Ok Ich muss irgendwie schauen, dass ich reinkomme Ich geh jetzt mal rein Oh nein Ok, macht sich gar was zu essen Steh dich runter Oh! Ich denke, er macht sich gar was zu essen Ok, ok, ok Aber was hat der hier alles? Warum geht's hier runter? Darf ich irgendwas? Irgendwann muss es leise sein Weil da habe ich irgendwas gehört hier Ist hier unten drinnen Oh lol Was ist hier? Oh! Was ist da? Was? Oh, ok, ok Äh, nein Oh, er ist da Was machst du hier? Ich mach nichts, ich mach nichts Äh, oh Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ok, wie komm ich raus? Wie komm ich raus? Äh, äh Schnell, 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 schnell Äh Oh nein, oh nein, steh hier raus Was, raus, raus, raus Oh nein Schnell, schnell weg, 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 weg Ich fühl mich dein Gesicht Oh nein Nachbarjunge Nachbarjunge Oh nein Weg, 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 weg Weg, 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 weg Ja, äh Mein Bett schläft, oh, oh Steh hier raus Äh, äh, steh hier rein, 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 steh, 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 steh Oh nein Ähm Ich hab echt Angst vor dem Ja, die... Ok, ist noch das Loch Ich hab echt Angst, dass hier irgendwann zu meinem Haus kommt Ei Gelber Schnee 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 Ich geh mal zu dem Haus da vorne und mach gelber Schnee Ha Mach roter Schnee Roter Schnee Ja, mach roter Schnee, ok Ähm, ich hab echt Angst, dass hier irgendwann zu mir kommt Und, äh, ja, wir müssen, glaub ich, in der nächsten Folge oder so irgendwie Geld aufbringen Dass wir irgendwie den Typen mit dem Schnee, also den Lawinentypen, den Schaufler, müssen wir irgendwie bezahlen nämlich Dass hier irgendwie, dass hier irgendwie keine Lawine kommt oder so, ich hab echt Angst, dass eine Lawine kommt Keine Ahnung, ich weiß nicht Und, äh, ja, da würd ich sagen, lasst unbedingt ein Abo und ein Like da Aboniert mich unbedingt und aktiviert die Glocke für mehr Minecraft Advent hier auf meinem Kanal Wie gesagt, checkt Johannstar30.job ab Hier saftige Merch hier Johannstar30.job für den saftigen Rucksack Für die, ähm, für die Handyhülle Ähm, für den saftigen Dings hier Für den, äh, Hoodie, der auch innen richtig floschig ist Ähm, hab ich auch in dem, in einem Video jetzt schon gezeigt Vorigen Samstag war, äh, ist das Video noch nicht gekommen, glaub ich Und es gibt auch so Federmäppchen Ich hab das jetzt auch zu Hause bekommen Ist ja auch megamäßig cool Vor allem die Alpen hier im Hintergrund, die Wolken Ja, wie gesagt, wenn ihr hier noch irgendwie so, ähm, die, äh, solche Sachen haben wollt zu Weihnachten Ich glaub, das geht nicht knapp noch aus, ähm, wenn das Video hier kommt Ähm, also bestellt unbedingt, wenn ihr noch irgendein Weihnachtsgeschenk haben wollt Und, äh, ja, dann würd ich sagen, lasst unbedingt einen Like da, aber da Und, äh, aktiviert die Glocke hier für mehr Minecraft Advent Und liked das Video und kommentiert unbedingt, ähm, keine Ahnung, was das für ein, äh, was das für ein Feed da unten war In dem, in dem, in dem Labor und ich hab keine Ahnung Also unbedingt einen Like da, aber da und tschau Outro 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 Bis zum nächsten Mal.